was geht ab youtube mein namen und ich bin mal eine runde egal dort weil das vor ewigkeiten schon mal hochladen aber ich kam irgendwie dazu und inzwischen macht es ja wirklich jeder und ich habe eben schon eine runde gespielt haben es bis auf platz 3 geschafft ich erkläre das spiel jetzt nicht von grund auf das dürftet ihr eigentlich schon gerne wenn ihr auf youtube unterwegs seid und ich spiel aber gerade den experimental modus und ich bin auf dem türken server nicht auf dem europäischen ich bin hier draufgeblieben weil ich eben wie gesagt auf platz 3 war und so gut war ich noch nie also wenn ihr es doch noch nicht kennt ich erkläre es mal ein bisschen grob also ihr seid hier diese zelle müsst diese kleinen dinger fressen und irgendwann seid ihr groß genug um andere spieler die mit den namen hier aufzufressen und das ziel ist es halt logischerweise nach da ist gerade einer mich reingeflogen das ziel ist es logischerweise der größte oder ein zu werden die kleineren sind logischerweise schneller als die größeren zellen wäre ja unlogisch sonst und ja diese kleinen grünen dinger hier die sind gefahr also wenn du genau das ich dachte ich wäre noch klein wenn du als großer eben dagegen knallst dann wirst du zersplittet im experimental modus gibt es noch genau die gleichen die sind aber rot und die geben diese kleinen bunten dinger hier ab ach ja und wenn man sich hier bestimmte nicknames gibt wie unten rechts zum beispiel erst gerade dann hat man eben diesen erst zu gehen oder länder sind meistens unterwegs oder solche sachen wie facebook warum tut er nicht die weise nicht dass du da gibt es oder nein geld oder fortan oder reddit facebook sowas gibt es alles auch als skin und warte erstmal bis ich hier mal eine gewisse größe erreicht haben immer ein paar weg zu ficken aber bestimmte masse verliert man auch wieder masse automatisch muss man zusehen dass man was zu fressen kriegt na das war wohl nix ja ich war auch was ja schon mal über 300 und den hole ich mir auch noch hier jawoll jawoll ja jetzt jetzt haust er ab ne jetzt haust er ab da haben wir schon mal 500 heute kann man doch schon mal ein bisschen was anfangen und da oben ist ja richtig fette wahrscheinlich Platz 1 oder 2 A from God Be All die spielen sogar noch zusammen aber das ist A oh die werden die ersten beiden zusammen spielen ne es ist soo hessig ja man sieht hier schon dass das das türken server ist ich würde mal interessieren wie lange es das spiel überhaupt schon gibt ob das jetzt wirklich erst raus kam vor einem monat oder so und das sind den hyperfue oder ob das schon also nicht zwei jahre oder so existiert und bloß jetzt jeder spielt wieder galataserei kann ich kein Fußballspielen oh NASA hat's NASA zerfickt vorhin oder wie ist der so klein oder was ein anderer DCC will mich aber der kriegt mich nicht der ist nicht groß genug ah da sind die roten Dinger die die abgeben ich weiß aber nicht ob man daran auch so zerschellt wenn man dagegen fliegt keine ahnung also drüber fliegen kann man so und es geht aber ich will das jetzt in meiner Größe nicht riskieren gibt natürlich dann logischerweise auch leute die hier campen ich fliege da meistens so ein zwei mal rum und dann verpisse ich mich wieder wo wäre es denn da oben ist der jetzt an dem roten ding zerfickt worden oder ja easy easy 635 sind wir da oben hole ich mir auch noch welche da hole ich mir auch noch was ja jawohl ja jawohl 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 scheiße scheiße ach ne der krieg mich nicht ich kann hier durch euhh glück gehabt blöcke habt argh wie soll ich ihn nicht gekriegt man scheiße da und besser komm her komm her komm her gib mir auch was da ja den nächsten weg gesnackt wir sind schon auf platz 10 leute oben rechts auf sie gebohrt bei meinem allerersten spiel habe ich sogar auf platz 8 geschafft und dann habe ich nie wieder auf platz 8 geschafft und mein highscore von damals 1800 irgendwas habe ich auch nie wieder geschafft bloß gestern mal so 1300 und vorhin mal ganz kurz vor meinem tod war ich auf platz 3 da wusste ich auch gar nicht was da passiert ist aber ich war ich auf einmal wirklich riesig richtig fett weiter und dann war ich auch schon zwei sekunden später direkt tot ich wusste gar nicht was los war also bei 756 platz 9 schon scheiße ich hätte nicht den unten nein jetzt fütter ich ihn auch noch jetzt füttert er ihn auch noch aber ich entkomme trotzdem ja verpiss ich bloß nein hat er das hat der blaue irgendwas gemacht dass das lol scheiße aber mein hauptding ist bei 650 immer noch habe ich nicht mal unter top 10 scheiße ich weiß gar nicht wie das passiert ist ich habe gar nicht mehr der blaue gegen das grüne geschossen und ich wurde dann oder danke 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 wenn der sich jetzt zeit macht er nicht wegen den grünen dinge fress doch hier nicht alles weg mal zuerst was ist da passiert was ist da passiert was ist mit ihm hier los oder oder ja wohl ja wohl jetzt sind wir wieder bei 900 wenn sich der blaue jetzt teilt bin ich am Arsch dann bin ich richtig am Arsch Platz 3 hier oh ja danke ja danke geil ja dann dessen kannst du behalten wenn du weiterspielen willst sonst geht du mir auch oh das war geil Platz 9 wieder 1100 Masse Testosteron oder will der mich jetzt begleiten hier Testosteron heißt das im türkischen Testosteron weil wenn der Testosteron meint ist das falsch geschrieben also zumindest in deutsch du kannst mich eh nicht fressen was willst du von mir oh jetzt kannst du mich fressen ok aber wir sind Platz 8 oh ne hier ist die Wand scheiße hier ist die Wand scheiße scheiße da war die Wand das hätte ich früher ahnen müssen und Leute ich würde sagen das war es mit der Runde EGAR.IO Link ist natürlich in der Beschreibung könnt ihr doch gerne mal euren Score in die Kommentare schreiben wie gesagt meins war Platz 3 und die Masse war 1300 oder so und jo dann sehen wir uns vielleicht nochmal irgendwann zu einer Folge EGAR wieder dann haut erstmal ein Ciao mit in der